Diese zum Kauf angebotene modernisierte Sechstzimmer-Doppelhaushälfte befindet sich in Soling-Oligs auf der Höhe Meerscheid. 1900 wurde dieses Objekt erbaut. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 656 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 115 Quadratmetern auf. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 235.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017